Ich werde einmal Game Over gehen heute. Wurde ich mal erst den Secret Star? Ne, den mach ich gleich danach. Mach den danach. Lass dich von der Brise tragen. Aber wo geht's nach oben lang? Komm ich da wieder hoch? Ach, dann komm ich da hoch. Cool. Also könnte ich hier theoretisch erst mit 100 Minster anfangen. Jetzt hab ich null. Jetzt sollte ich nicht mehr sterben. Einmal werde ich Game Over gehen. Nur damit ihr es gesehen habt. Scheiße, die wird ja eigentlich schon kacke. So. Hier wird wahrscheinlich wieder Wind. Der richtig scheiße ist. Hm, das ist eher ein Pendel. Und du bist ganz schön scheiße, weil du Feuer schwuckst. Bin ich? Boing! Nein! Fuck. Er ist ja wieder hoch. Mal gucken, was es hier so gibt. Rutschmann? Nöp. Da ist, glaube ich, gleich ein Stern. Aber ich will nicht gleich einen Stern einsammeln. Ich will endlich gucken, was es ist. Ah, schon fast zu steil gewesen, ey. Boah. Der hat ja explodieren müssen, ey. So, was für eine scheiß Brise. Die da? Ah, das sind auch so welche Klötze, die man erst nie sieht. Ich hasse dich, guck mal. Oh, das war irgendwie lack, dass ich oben gleich hinten bin. Kann ich lieber gucken. Da ist was? Da kann ich mir nicht als Brise vorstellen. Ich gehe einfach da mal hin. Hier rutschmann, wa? Huh. Ich muss dem vorgegebenen Weg gehen. Das ist ja echt nicht schwer. Eigentlich. Natürlich, wir feiern noch. Soll ja nicht so leicht sein. Nimm eine Brise. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, Tantara. Cool. Das war ja dein Kindling. Eigentlich. Überwinde die Macht der Dreiecke. Dann mache ich ihn auch noch schnell. Nimm, wüsste ich, vielleicht noch einen. Der ist aber oben in dieser Kiste sicherlich drin gewesen, weil sonst wüsste ich keinen mehr. Oh, das war echt gut. Die 8 Runden Minzen habe ich. Oh, die Minzen nehmen. Dann will ich die euch haben. Ich versuche doch mal die 100 Minzen noch zu machen. Ich will auch alles andere erreichen hier. Dann muss ich nur wieder hoch. Oh, das war übrigens gut. Ach komm, ich meine Strecke. Das war schon so lange. Ich kann mich jetzt auf einen Sternen spezialisieren. Oh, wow. Oh, wow, wow. Der ist ein Fett, der hier nicht runter. Scheiße. Oh, ich bin jetzt gequetscht. Wieder voll geskillt. Oh. Ah, hier sind immer drei. Jetzt bin ich Game Over. Und das passiert, wenn man das ist. Game Over. Ich bin jetzt noch nicht. Hoffentlich ist das auch wirklich gespeichert, ey. 115 Nm. Alter, okay. Und wir trotzdem zurerstdreike machen. Hallo und herzlich willkommen. Oh, jetzt habe ich hier nur vier Leben. Ach, ich muss aber immer wieder hinlaufen. Macht der Dreiecke. Danach müsste echt noch der da in Dingensen sein. In diesem Paket. Und den haben wir alle. Dann mache ich höchstens noch die acht runden Münzen. Im Geheimlevel wird da nicht so schwer sein. Jetzt haben wir ja die Kanone. Dann kann ich mir ein bisschen pfeffern überall. Und ich gehe einfach zum höchsten Punkt. Und gehe halt Wolke für Wolke ab oder so. Ist aber dann auch nicht so ein Ding. Jetzt schafft man, ey. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner irgendein Level übersehen hat mal. Selbst der Wüstenlevel müsste man auch irgendwie herausfinden. Das ist einfach eine Sarkasse. Und wenn du gegenlöst, merkst du das. Also, dass das ein Wubblewubble ist. So. Die Welt ist so fucking groß einfach nur. Dass das nicht mehr schön ist. Scheiß mal auf die Münzen denn. Da unten ist auch was. Das ist aber kein Stern. Oder? Die Welt ist wenigstens wirklich schwer erhalten eigentlich. Dinge, wo du instant verkacken kannst hier. Wo du dich noch nicht mal umdrehen kannst. Wenn die so voll drunter fallen würden. So. Überall kannst du sterben. Machst ja einen Fehler bis tot. Ich wollte doch nur anhalten eigentlich. Mann. 15 Minuten Parts sind schon mal vorbereitet. Immer wenn ich sterbe, dann cutte ich ja immer. Oder wenn ich immer ein Quatschicht schafft habe. Nie mittendrinne. Das ist ein No-Go. Das ist einfach... Ich weiß nicht, darf man nicht machen. Man muss immer ein komplettes Level zeigen. Oder ist man irgendwie verreckt. Ja, sonst... Ist die Spannung irgendwie weg oder so. Bei einem Boss kann ich davon stehen, dass man da cutten muss. Also nicht während eines Bosskampfs. Sondern, ich weiß nicht. Hast du jetzt eine halbe Stunde das Level gemacht oder so. Und danach kommt sofort ein Bosskampf. Da kann man cutten. Aber sonst... Oh. Apropos... Oh, Bosskämpfe. Oh. Ich hätte da ein Spiel. Aber kann ich auch noch nicht aufnehmen, weil ich noch keinen geilen PC habe, ey. Das PS2 wieder. Da könnt ihr raten. Und das Spiel war instant geil. Das hat mein Bruder mal gespielt. Scheiße. Jetzt kann ich doch nicht mal gucken, wen es ist. Ich sag nur groß. Oh, ein Leben. Ein Leben ist gut. Leben wäre gut. Na komm, Risiko, komm. Ich mag das Level nicht. Stimmt mir zu. Ringbogen war noch nie leicht. In keinem Spiel. Regenbogen sollte auch nicht leicht sein. Wie gesagt. Das ist wieder das Thema. Spiele werden schwerer. Und du entscheidest das nicht. Das entscheidet nämlich das Spiel selbst. Ich warte jetzt einfach nur, ey. Siehst du? Und ich guck schräg. Hier bleib ich stehen. Hier bleib ich stehen. Hier bleib ich stehen. Und geh jetzt rüber. Scheiß auf Feuer. Die Form... Ah. Ich wusste es. Zelda. Dreieck der Macht. Scheiß auf Leben. Oh, kein Leben. Oh, wat? Das geht ja nicht schön schnell. Oh. Das ist gar nicht mal so leicht. Oder einfach mal so machen. Und dann wieder verkacken. Ich wollte das so cool machen. So drei Rückfahrts-Settel. Ne, ich mach doch wieder schräg. Ja. Oh, er hat mich schafft. Hoffentlich hilft mir der Tipp weiter gleich. Hier geht's. Ein, zwei Risiko. Überwinde die Macht der Dreiecke. Eigentlich ist das auch echt nicht schwer. Nur die 100 Münzen sind halt schwer. Eigentlich nicht. Nur wenn ich die blauen Münzen herausfinden würde, wo die sind. Denn, ja, das ist easy. Schau dir den Regenbogen an. Toll, welchen? Toll. Moment, ich muss erst mal einen Regenbogen finden. Ein vernünftigen anscheinend. Und das sicher in dieser Richtung. Fick dich. Ich muss erst mal hier hoch. Ich weiß aber nicht, wo der meint. Das ist jetzt echt schlecht. Oder das war das, was ich hier sehen hab halt. Kann auch sein. Schau dir den Regenbogen an. Lass dich nicht täuschen. Scheiße, ich hätte erst gucken sollen, wo die blauen Münzen sind. Welchen Regenbogen meint er denn? Erst mal alles zurück zu mir. Wo war das Haus? Was war denn links? Ähm. Nein, du verschwindest nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich links war. Ich geh nach rechts. Weil ich dachte, da... Danke, Lakitu, Alter. Scheiß Vieh. Jetzt guck ich wegen den Münzen. Oh, fast war kackt hier. Na, na, na. Na, na. Na, Bob-omb. Na, Bob-omb. Ja, ist ein Freund. Na, 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 na. Müssen wir mal nicht verscheißen hier. Außer hier wieder eine komische Falle der Mächte hier. Ich schaff das nicht. Der geht nämlich jetzt nach hinten an die Wand. Hier sind sie echt. Oben sind sie. Das merke ich mir. Und ja, nicht mal so wenig. Das hätten wir schon fast nicht schafft denn. Toll. Puh, das war ja Raten. Zum Timing. Erstmal will ich den Regenbogenstern da haben. Schau den Regenbogen an. Ich werde einfach diesen komischen Alarsprung machen, da wo ich die Kiste jetzt in hab. Oder Kiste? Ne, Box. Na, keine Ahnung. Ich bin die Box der Kiste. Aber an sich könnte er mir auch Spiele vorschlagen. Möglichst nicht zu neue. Weil ich kann echt nicht so gut Spiele ab. Emulator geht eigentlich wirklich alles. Soweit es nicht wirklich PS2 vielleicht ist. Weil PS2 ist ein bisschen too much. Da biegt nämlich eins vor. Groß. Aber das geht leider instant nicht. Selbst wenn ich nicht aufnehme, geht das nicht. Ja, doch eigentlich schon. Für meine Verhältnisse reicht das. Aber in der Aufnahme will ich das halt nicht noch langsamer sehen. In der Aufnahme muss alles immer perfekt sein, sozusagen. Es darf nie was lenken eigentlich. Alles schon. Muss stimmen. 100 Minzen oder nicht? 100 Minzen. 100 Minzen. Das läuft schon. Na Arschloch. Scheiße. Na Mann, ich will nicht wieder fliegen und in die Minzen verkacken, ey. Bitte bleibt da. Hm, hm, hm. Da unten war nur ein Leben, glaube ich. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich denke mal schon. Zwei Minzen sind dort. Boah, hier voll Skiller hier. Wieder alles durchmachen hier. Haha. Haha. Puh. Haha. Komm her hier. Ich hasse Gumbas, aber diesmal gibt es mir wenigstens meine Münze. No, no. Ah, da sind echt noch welche. Mann, bin ich gerade gut. Ich staune gerade. Boah, den durch so einen dummen Fehler verlenken oder was? Da oben war sonst keine Münze mehr, da war nur das Lehm. Habe man die Seite schon mal fertig. Scheiße. Das war mit den Händen. Das ist was ganz anderes. Haha. Haha. Haha.